Hallo liebe Zuschauer von Video Aktuell, hallo liebe Bobberter. Ja, unser Feuerwehrvideo von gestern ist leider nicht bei jedem gut angekommen. Das war mir bereits vorher klar. Doch wir berichten über alles, was in der Stadt passiert und worüber die Bobberter ins Gespräch kommen. Und dieser Samstag nach mittäglicher Einsatz gegen etwa 15.30 Uhr, bei dem mehr als 30 Minuten lang in der ganzen Stadt die Martinshörner zu hören waren, hat doch einige Bewohner der Kernstadt in Angst und Schrecken versetzt. Ein besonderer Gruß geht raus an den Stefan und an den Simon. Es tut mir leid, wenn wir nicht immer eure Bedürfnisse mit unseren Videos befriedigen und wenn wir auch mal in eine schmerzliche Kerbe hauen müssen. Und natürlich stehen wir ehrfürchtig vor unseren Feuerwehrkameraden und sind dankbar für jeden Einsatz, den sie leisten. Und wir möchten ihnen auch nichts Schlechtes nachtragen. Die Jungs sind einfach alle klasse und helfen uns dabei, hier in Sicherheit zu leben. Aber wenn an einem Samstagnachmittag zur besten Geschäftszeit so viele Feuerwehrfahrzeuge mit ihren Martinshörner um und durch die Stadt fahren, über einen solch langen Zeitraum, da machen sich viele Bewohner in der Innenstadt so ihre Gedanken. Ich vermute mal, nach Bad Salzig oder Weiler waren die Martinshörner nicht zu hören. Aber hier in der Bobbader Kernstadt waren einige Bürger in heller Aufregung, ob der Tatsache, dass dort Menschen in Gefahr sind und dringend der Hilfe bedürfen. Von daher haben wir auch nur die Frage gestellt, ob da nicht vielleicht über das Ziel hinausgeschossen wurde. Vielleicht geht man wieder dazu über, in einem etwas stilleren Rahmen auf dem Marktplatz diese Ehrerbietung dem Brautpaar entgegenzubringen. Und wir berichten vorbehaltlos über alles, was in der Stadt passiert und worüber gesprochen wird. Und wir versuchen kein Klickbeit und meistens berichten wir gar nicht über die Einsätze der Feuerwehr. Wenn es uns um reine Klicks ging, dann würden wir uns vor der Feuerwehr postieren und sie Tag und Nacht begleiten, damit die Bedürfnisse der Sensationshascher befriedigt werden. Aber das ist nicht unser Ziel. Wir berichten, was hier passiert, worüber sich die Bürger in der Stadt Sorgen machen. Und an diesem Samstag waren die Sorgen wirklich groß. Und wenn man dann zum Markt kommt und sieht, dass es sich lediglich um eine Hochzeitsveranstaltung handelt, dann ist die Frage wohl berechtigt, ob dort nicht etwas über das Ziel hinausgeschossen wurde. Und die Frage gebe ich weiter an alle Betroffenen. Und jeder mag selbst darüber urteilen, wir überbringen nur diese Nachrichten und stellen eine kritische Frage. In diesem Sinne wünschen wir euch noch eine gute Woche und bleibt uns gewogen. Bis dann, euer Frank und Tschüss.